Pettiglich, Pettiglich! Ey, das Ding klappt nicht! Boah, ich hole den, ich hole den! Warte, warte, warte! Ja! Ready? Okay, ready, ready. Ja, bei dir? Alles gut. Geil! Aber 2-2! Hier haben wir Brawl Stars. Hast du das schon mal gespielt? Ich hab's mir angeschaut, aber ich hab's noch nicht aktiv gespielt. Ist ja schon mal am Anfang, ne? Dann können wir das dir auf jeden Fall erklären. Gerne. Also, das Spiel funktioniert so, es sind 3 gegen 3. Wir spielen jetzt erstmal Brawl Ball, weil wir eben schon so gut mit dem Ball waren. Ich spiele jetzt direkt in Brawl ist das auch nochmal mit dem Ball. Puh, ich bin Remax, ich bin auch so gut. Okay, fangen wir an. Jetzt geht's los. Ey, wir müssen das jetzt entscheiden. Brawl Ball, 3 gegen 3. Es gibt einen Ball in der Mitte, den müssen wir uns gleich holen und dann gewinnt derjenige, der zwei Tore als erstes. Links läufst du und rechts schießt du. Ganz easy. Also eigentlich brauchst du nur zwei Knöpfe. Schießen mit dem Fußball? Wenn du den Ball hast, dann schießt du mit dem Fußball. Wenn du ihn nicht hast, dann kannst du es in einer Attacke. Seid ihr ready? Einfach auf einem ready. Rechts einfach. Jetzt hauen wir die anderen erstmal weg. Perfekt. Oh mein Gott. Ich hab den Ball. Ich hab den Ball. Du musst den Ball. Du musst den Ball. Das ist da oben. Genau. Warum schießt der mich denn mit dem Ball an? Okay, ich hab jetzt den Ball. Respawn. Ich bin gestorben. Durch die Gang. Wo bist du? Kann man dich wiederbleiben? Nee, man fängt dann wieder hin. Nein, ich bin tot. Aber der Ball ist da oben. Ich muss angreifen. Die sind gerade an der Vorwand. Okay, okay, okay. Du hast den Griff. Du hast den Griff. Pass auf Draxler. Okay. Wo poste ich denn? Nein, warte. Da wo du schießt nochmal rein. Sehr schön, sehr schön. Jetzt hast du den Ball. Es zieht durch auf der linken Außenbahn. Es zieht nach unten. Es zieht nach unten. Es zieht nach unten. Warum? Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Oh mein Gott. Das war schon mal nicht schlecht. Schubel gemacht. Richtig. Guck mal hin. Sind die Gegner auch Anfänger eingestellt? Ja, das sind die absoluten Profis. Du spielst ja wirklich gegen die Weltklasse. Das ist eigentlich nicht so. Guck mal, wir haben jetzt jeden gekillt. Jetzt können wir uns eigentlich noch mal hin und her fassen. Die kommen aber wieder. Oh, klar. Das war vielleicht ein bisschen früher. Da wärst du den Gegner versprochen, oder? Ja, das ist einfach. Ey, ihr habt doch die Schwierigkeit hochgesteckt. Ich hab die Wolle jetzt. Das war's mal wieder wirklich. Das war's mal wieder. Komplett. Komplett. Was haben wir da jetzt mal an? Nein! Oh nein! Sehr schön. Wir haben den noch. Wir haben den noch. Da ist der Ball. Wir müssen ihn machen. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Wir müssen ihn nicht machen. Stark gemacht. Wir spielen jetzt erstmal Juwelenjagd. Das ist das Ziel. Wieder drei gegen drei. Genau. Dann müssen wir zehn Juwelen sammeln. Du läufst halt darüber und wenn du getötet wirst, dann verlierst du alle. Okay. Deswegen müssen wir gucken, dass wir nicht sterben und alle Juwelen vor dem gegnerischen Team einsammeln. Haben wir zehn Juwelen, dann 15 Sekunden halten, dann haben wir das Spiel gewonnen. Also das war jetzt viel erklärt. Einfach diese Taste spam. Einfach ballern. Genau. Ballern und schneid dabei. Richtig. Richtig sterben. Und versuch nicht zu sterben. Achte einfach ein bisschen auf dein Leben. Ja. Achso, du hast deine Mike genommen. Boah, der hat auch immer hier direkt Waffen. Du wirfst jetzt hier mit so Dynamit. Zwei Juwelen hab ich, Junge. Ich bin tot. Jeder hat mich geholt. Noch einer tot. Alle tot. Schieß ich eigentlich die ganze Zeit oder schieß ich nicht? Kann da mal einer bei mir gucken gleich? Ja, du schießt. Du wirfst jetzt Dynamit. Okay, okay. Du kannst die rechte Taste so ein bisschen halten und dann ausrichten. Guck mal, wir dominieren die gerade hier. Und treffen die mich auch selbst meine Bomben? Nein, nein, das geht. Das wäre ja noch schlimmer. Bärchen. Ja, das bin ich. Okay, sorry. Okay, okay. Wir haben Nohin, wir haben Nohin. Oh, ich hole den. Entschuldigung. Nein, der hat einen verloren hier. Geht ganz krass. Einer auf. Sehr schön, Countdown. Haben wir wieder verloren, die Dinger? Ja, ich bin direkt gestorben. Oh, okay. Aber da liegen noch ganz viele. Ich sammle alle ein. Okay, ich hab jetzt elf. Sehr stark, sehr stark. Und jetzt müssen wir den Countdown überstehen. Jetzt müssen wir ein bisschen verteidigen. Ich hau dann ab, oder? Ich hab sowieso keine Dinger rein. Ich hab sowieso keine Dinger rein. Wir stellen uns da rein und Lukas tut das. Ganz ehrlich, wir brauchen den Sieg. Ich camp jetzt einfach hier zu Ende. Komm, komm. Ja, ja, ja. Das machen wir easy jetzt. Wie viele habt ihr? 3, 2, 1. Easy. Ja, richtig easy. Ernst musste ich da machen. Ja. Also ich hatte keinen Diamanten am Ende. Das ist nicht schön. Wir haben gewonnen. Aber das Team zählt dann auch. Wie beim Fußball. Was war dein krassester und schönster Fußballmoment, an den du dich jetzt so erinnern kannst? Der schönste Moment war mein erstes Tor für die Profimannschaft von Schalke. Ja. Und so krasseste Glücksgefühle eigentlich die Weltmeisterschaft in Riemen. Ja, das hab ich mir gedacht. Ja, hätte man sich denken können. Ja, hätte man sich denken können. Ja, 2014. In der Mannschaft hier bei PSG hast du da einen Spitznamen. Da gibt es einen Namen. Drax, nenne ich mich. Drax? Ja, Drax. Kannst du dich auch nennen? Dürfte. Boah, danke. 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 Kontakt. Ein Kontakt. Oh, passt auf das Mikrofon. Oh, echt? Achso, hast du. Oh, zwei Rückzieher. Oh, okay. So Freunde, das war unser Video mit Julian Draxler. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Der erste Link in der Beschreibung, da ist Brawl Stars verlinkt. Deswegen einfach mal drauf gehen, die App runterladen und dann könnt ihr mit uns spielen. Danke an PSG, Supercell für diesen ganzen Tag. Dafür, dass sie das möglich gemacht haben, Leute. Danke auch an Draxler, richtiger Ehrenmann. Ehrenmann. Und lasst 100.000 Likes da. Dann kommt auf jeden Fall noch ein Video mit Julian Draxler. Ja, da kommt Part 2. Davon weiß er zwar nichts. Da weiß er nichts von. Aber dann muss er, dann kann er nicht anders fallen. Deswegen liken, ein Abo dalassen und schreibt einfach noch einen Kommentar in die Kommentare, wie ihr es gefallen habt. Danke fürs Zuschauen und... Ciao. Ciao. So? 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 Bis zum nächsten Mal.